So, jetzt sind wir schon zu dritt. Na, das ist doch fein. Exit die Undercity Resource Network. Take out Security Cameras. Hä? Hä? Verwachungskameras? Aha. Was ist mit denen hier? Die machen nichts. Hallo. Entschuldigung. Ungewohnt, dass Akisius mal zu einem Droiden freundlich ist. Aber ich glaube, T-7 kann da ganz gut leiden. Was vielleicht an seinem Bruder liegt. Oh, 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 oh. Hab ich da irgendwas verraten? Ui. Der ist stärker, als ich jetzt eigentlich dachte. Ein letzter Perpetrierer. Wow, Xenia geht ja richtig ab. Das gefällt mir sehr. Ich fände es halt irgendwie cool, wenn diese Kameras auch was machen würden. Wenn die irgendwie dann einen Alarm auslösen, wodurch, keine Ahnung, fünf Mobs oder so spawnen. Das wäre natürlich echt nice. Was geht hier ab? Probe Droid. Der repariert die, ne? Ja, kann ich nicht zulassen. Sorry. Das kann ich beim besten Willen nicht zulassen. Da oben ist nichts. Da ist noch eine Kamera. Zack. Da ist auch nichts. Okay, was ist das da? Field Protected Axis Scanner. Mhm. Ach so. Da komme ich praktisch in die Räume rein. Alles klar. Wo muss ich denn genau lang? Da lang? Also gehen wir zuerst den anderen Weg. Das ist typisch in einem Videospiel. Oh. Hallo. Guten Tag. Nein. Stopp. Finished. So. Sehr schön. Ja, schieß nochmal drauf. Generator Service Tunnel. Ach, hier gibt es einfach nochmal eine Videokamera. Mehr gibt es hier wahrscheinlich gar nicht, oder? Nö. Hallo. Hallo. Tschüss. So. War hier nicht gerade eben auch noch ein Druide? Video wie doof? Habe ich Halluzination? Ich weiß nicht. Du kennst deinen Weg auf die Flugzeuge, T7. Ich habe mich nicht wunderschön. Wir werden einige Zeit verhandeln. In Fortreat. Das ist sehr süß. Das finde ich wiederum süß. Irgendwas ist vor mir. Alles klar. Gut. Hat mich jetzt schon gefragt, was damit gemeint sein könnte. Easier than I thought. Meow. Deactivate. Exterminate. Was ist denn da? Ist da auch irgendwas? You have surveyed the entire map of undercity resource network. Aber hier gibt es nichts, oder? Gibt es da was? Wenn es da hinten jetzt was gibt und ich sehe es noch nicht. Aber ich glaube, da war nur Wasser. Mein Instinkt sagt es mir. Ich mag ihr Laserschwert. Ich mag die Farbe. Hat was. Erase security data. Wo machen wir das denn? Ach, da unten. Okay. Ähm. Ich kann hier, glaube ich, nur den Mob töten, oder? Ach, Mist. Jetzt habe ich ihn getötet. Ah. I'm sorry. I'm so sorry. Nö, sonst gibt es hier nicht... Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Kann ich das überhaupt? Ich will es lieber nicht probieren. Weil so wie es aussieht, komme ich da sowieso nirgendwo hin. Also insofern... Insofern passt da schon. Industrial Droid. So, den umlaufen wir jetzt einfach mal. Nein. Tun wir natürlich nicht. Ach, die... Ah, die springen ja einfach aus dem Wasser raus. Okay. Ich verstehe schon. Ja, kommt noch her. Boah, mein Baby. Da ist das Lasertor ausgeschalten worden. Dankeschön. Sehr gut. Das ist doch easy peasy. Nice. Trampalm Station 726. Okay. Okay. Wir müssen natürlich erst mal hier die Daten löschen. So. Hier. Erase Security Data. Gleich mal erledigen. Zack. Bonus Mission. Wofür eigentlich? Ach, für die Credits. Nice. 27.000. Nehmen wir gerne mit. Die Gongtruiden lassen wir natürlich am Leben. So. Exit the Undercities Resource Network. Okay, machen wir. Was? Ups. Sorry. Ähm. Aha. Aha. Ach, guck an. Jetzt seh ich erst mal so richtig, wo wir hier einigermaßen sind. Ich mag diese Gebiete hier. Oh, hier ist ja jemand. Hallo. Das ist nett, Haka. Das ist nett, dass du die gesamten Leichen dieser ganzen Viecher noch wegräumst. Finde ich gut. Ach, guck mal an hier, wo wir hier sind. Das ist eine richtige Untergrundstation. Wow. Nice. Ja, schick. Schick, schick. Na, das hat doch was. Hier gibt es zwar jetzt gerade nichts für uns, aber interessant, das mal zu wissen, wo wir hier eigentlich überhaupt genau sind. The entire map of Undercity. Okay. Oh. Okay. 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 Alone? Eigentlich ja nope. Aber... Does this mean you're back to ruthless enforcers, Senya? Yes. Es ist alles so grau hier. The old world. Zakulans have always been fascinated by suffering. In ancient times, the old ways taught that pain represented the power of the gods. Now, living in the near utopia, most Zakulans have never known what it means to suffer. Food, shelter, clothing and education are all provided by the grazer of the emperor. But in the lower recesses of the spire, called the old world, citizens can leave their pampered lifestyles behind and pay for the pretense of suffering, placing bets on gladiators in the arena or living out dark fantasies in the red light district. The knights of Zakul have no jurisdiction there, which Arkhan allows only because it keeps the privilege docile and content. Mein englisch ist etwas eingerostet, merke ich. Located below the old world is Breaktown, an urban wasteland where an underbelly of outcasts has fled from the eternal thrones authority. In this forgotten city decrypt... Decrypt... Ruins, debtors, black market criminals and those who reject the emperor set up new pockets of society away from Arkhan's prying eyes. Interessant. Also Leute bezahlen tatsächlich, um in dieser alten Welt zu leben, damit sie nicht diesen Prunk haben und Essen und Bildung und ein Dach über dem Kopf, sondern damit sie sich mal richtig dreckig fühlen und mal leiden lernen, weil sie halt sonst im echten Leben nicht wissen, was Leiden so richtig heißt. Okay, das nenne ich mal First World Problems, meine Lieben. Das sind wirklich First World Problems. Und ich find's cool, dass T7 jetzt unser Companion ist. Das find ich irgendwie cool. Vom Jedi. Vom Jedi einfach mal. Kann ich bitte, ähm, die Rolle ändern? Von T7. Damage. Nice. Ist unser erster richtiger Gefährte, glaub ich, ne? Von anderen. Aber was ist mit ihnen hier? Was ist mit ihnen hier? Bei ihnen Darth Maas als Main Character Contact noch eingetragen. Ähm, ich kann ihn aufleveln. Okay. Okay, alles klar. Was ging jetzt ab? Hier passiert irgendwas? Oh. Okay. Wollen wir mal nach oben gehen? Da kommt der Fahrstuhl. Hallo T7. Hallo. Nein! Oh, jetzt haben wir ja den Fahrstuhl verpasst. Ich bin doch ein Dödel. Ich bin doch echt ein Dödel. Ich hätte ja gern T7 so ein bisschen. Na egal. Nützt ja nichts jetzt. Boah. Habt ihr gesehen, wie schnell der Fahrstuhl wieder nach oben gegangen ist? Das ist ja unnormal. Wie soll denn das jemand schaffen? Stellt euch mal vor, jemand hat eine Gehbehinderung oder jemand sitzt im Rollstuhl oder so. Der hat ja gar keine Chance. Ach, deswegen kommen die Leute her, um zu leiden, um zu suffern. Jetzt kapiere ich das. Guck mal, du hast ja sogar deine Händler. Okay. Ah, hier. Command T7 Surveillance Feed 2. Kommen da wieder Feinde? Ja. Natürlich. Warum kommen denn die immer so schnell jetzt? Tag. Use the access terminal. Alles klar. Machen wir mal. Ich wollte sie sehen, was sie würde tun. In der Ende, sie hat sie versucht, ihre Vertrauen in dich und deine Freundschaften. Sie wird eine kraftvolle Beziehung. Intelligent. Skilled. Confident. Und schuldig. Oh, sie wird nicht geben. Schuldig. Na, wer ist denn das dahinten? Ein Spion? Priorität für High Justice Vailen. Sie will wissen, wen ich gerade spotte. Ich will nochmal den Beschlag nehmen, um den Müll hier zu verkaufen. Zeig, viel Spaß damit. Und jetzt geht's wieder runter. Und alter, wie schnell das geht. Ich würde gerne mal wissen, was die Zeichen da bedeuten. Snobby, Succulent People Same. Okay, die Computers sind also Snobby, alles klar. Das ist ein richtiges Snobbs, die Computer hier. So, da wird da bestimmt eh lang müssen. Aktiviere ich erstmal diesen Feed. Na komm, wo seid ihr denn? Ah, da, alles klar. Aber so richtig angreifen will er auch nicht, oder? Nö. Auf zum letzten Feed, alles klar. Na komm, Map Residential Sector, okay. Ah, komm mal, hier sind die Wohnungen. Das sind die Wohnhäuser. Boah, die sind aber echt schäbig. Aber cool sieht's schon aus, ne? Da hätte man ja glatt Lust eigentlich, ähm, sowas mal nachzubauen. Egal wo. Aber das hat schon was, Leute. Ich weiß nicht, warum. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz hübsch. Es hat so Charme, mein Fall. Ich weiß nicht, es hat Charme. So, egal. Entschuldigung. Da musste ich mir nur mal ein bisschen anschauen. Understanding Data Flows, understanding System Weak Points, System Weak Points plus you, plus friends, Mission, Opportunities. Nice. Ich mag das. T7 ist immer daran interessiert, Freundschaften zu schließen. Und ich denke, er... Komm her, komm her, T7. T7. Nöööö. Bitte lass mich nicht allein. Er kommt gleich mit. Blup, da ist er. Oh, soll ich dich heilen? Zack. Zack. Plattform 6. Und da ist der letzte Feed. Okay, ist hier irgendwas? Na, es wird auf alle Fälle gleich jemand auftauchen. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich, jetzt benutze ich... Ach, Mann. Was für ein Quatsch. Noch einer? Oh. Alles klar. Da ist der... starke Gegner. Dafür hätte ich jetzt meine Fusion Missile aufbrauchen können. Aber das haut schon hin. So. Use local passcode terminal. Okay. Ja, finde ich auch. Wir sind ein gutes Team. Wenn du mir lebt... Ich habe ein paar neue Freunde gemacht. Ich könnte eine Hand benutzen. Ich bin auf meinem Weg. Okay. Danke dir, T7. Netter Droide. Trotzdem schade, dass er jetzt schon wieder zur Gravestone zurückkehrt. Ärgerlich. Aber egal. Oh, eine Kantina. Na, wenn das mal nichts ist. Cantinas finde ich eigentlich immer schon. Sehr nice. Sehr nice. So. You have entered the rest zone. Finde ich nice. Finde ich gut. Aber leveln können wir sowieso nicht mehr. Von daher ist es mir relativ egal. So. Wo ist denn Senja? Oh, hübsche Kantina. Das ist mal was anderes hier mit dem Road. Mit dem Glas so. Boah, es geht in Daumen ab. Das ist ja... Ist das nicht ein Gandark? Nice. Und hier ist unsere Personal Face. Gehen wir mal rein. Was geht denn hier ab? What? Alles klar, ciao. Okay. Was geht denn mit dir ab? Wer, wer ist denn Sildrog Claus? Was ist denn das? Hallo? Herald of Sildrog. Okay. Oh mein Gott. Ich bin gleich tot. Ähm. Ja. Danke. Tschüss. Ich bin immer noch recht tot. Stopp. Halt. Boah. Boah. Ich bin tot. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Nein. Nein. Also ich bin kampfunfähig. Ich bin nicht gestorben. Das, das soll klar sein, ne? Was macht denn Senja? Die macht ja auch gar nichts. Ah. Wer waren sie? Heralds of Sildrog. Kultus, die für den Rückgang eines mythischen Serpent-Gohls. Es war so, dass sie nur eine Nuisance waren. Jetzt sind sie militant. Gut, so. Absolut wundervoll. Äh. Was sind das für Typen? What's the deal Senja? Why did they attack silence or death? Are these people for real? Their lives are uneventful. No hardship. They come here to feel... ...something. There you are. Sicking heralds on me, Reg? Not too bright. It wasn't me. The heralds run the old world now. They made a deal. With Arken? What kind of deal? Heralds keep crying down, and the knights keep out. You stick around, they'll blame it on me. You gotta go. Tell me where to find the Lady of Sorrows first. Some kind of joke, right? I'll take my lumps from the heralds over the lady any day. And where do I fit on that list? What? You know what I can do, Reg. Need another reminder? She's the nice one, say nothing, stop hurting him. No answer? I'll assume yes. Wait a minute, wait. I was gonna say, you don't want to mess with the lady. Then I was gonna say, but hey, that's your prerogative. You've always been square with me. I'll be square with you. Don't gotta hit me. Where is she? I don't know. But I do know who to talk to. There's a data seller at Market Station. Mona Gale. She works with the lady all the time. Mona Gale. Alright. Sorry. Let's go. She got a out. She's right. She's wrong. She has pardoned her. No trouble. Okay. Time foratcha.